So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Some... Life You Dream... Ja, ist ein bisschen später ähm, ich wollte eigentlich gleich wieder weiter machen, aber äh, ja, ich hab was nochmal den Klassen zu schreiben aber, ja, der schreibt mich zurück und dann bin ich vielleicht noch ein bisschen auf YouTube gewesen ja, ich hab dazu noch genug Zeit, ich habe jetzt schon ein bisschen ja, was aufgenommen äh, ja, das sollte auch mal fürs Erste reichen äh, auch wenn ich jetzt eben hier eine Stunde circa nichts gemacht hab gut dann aha dann werde ich mir jetzt aber gleich wieder einen neuen Job anschauen, weil ganz ehrlich der Pilot ist ziemlich scheiße und das kann mir niemand sagen, dass es nicht so ist wir werden mal gucken, ob ich den gleich wechseln kann oder ob ich noch warten muss wenn ich da fahre, ich halt noch eins, zwei Runden, fliege ich kann man ja nix machen, ne? so hab ich überhaupt Sound? Ich hab grad nix so, ich hab Sound, ich hab Sound, ich hab Sound, ich hab Sound roi, ruckel, ruckel, was ist jetzt los? Ich hab nur noch 30 FPS was ist da los? hey, hab ich noch 30 FPS? ähm ne Gott weiß ich geht auch so dann meint die das ein bisschen kleiner passt schon damit hat so ich brauche weiter das ist So bin ich wieder, dann habe ich mich eine Modelle, das genervt und ich musste diesen, so das konnte alles so zusammen und dann, weil es bisschen länger, habe ich meine Mutterallergie, auf jeden Fall, so, äh, mal gucken, ähm, als was ich dann wechsel, ich, ja, weiß nicht mal, unter welchen, wie ich das gefragt habe und ich kann jetzt nicht schlecht alle Videos womit durchgucken, also, ja, werde ich jetzt hier einfach und ich werde dich dann wahrscheinlich morgen durchgucken, oder heute Nacht. So, ich hatte mich schon ein bisschen auf dem Mut, Newton, da ich gerade, ja, etwas Problem mit der Allergie habe, und da habe ich mich verschmutzt, bin. Also, ich wundere, wenn ich mal schnell gut, so, Stadt Halle, gibt's auch nicht zum Blut zu schreiben, aber es ist ein Job, gut, Ich nehme wieder Bauer, das bringt nur noch 11.500, das ist ja gar nichts. Busfahrer, ähm, okay. Busfahrer, ähm, okay. Hä? Hä? Ich bin jetzt Busfahrer, bitte nicht. Nee, ich will da was los. Okay, dann, ich will das für Wartung. Ich bin jetzt noch ein bisschen, das heißt, ich kann noch ein bisschen Scheiße bauen. Ähm, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel. ich habe keine Ahnung was ich machen konnte ich könnte ich könnte oh Gott das ist so kompliziert um ich überhaupt keine Ahnung zu uns und das schadet um um kann man am illegal konics ähm ähm äh weitere Orte Angelplatz wir können angelieren wenn das geht aber warum sollte der Angelplatz stehen wenn es nicht geht gut so mein Stuhl quitscht ein bisschen nicht wundern so rennen wir kurz zum Auto damit wir nicht so lange rennen müssen ich hätte auch vorhin gleich zu meinem Auto gehen können das wäre wahrscheinlich kurzer gewesen aber egal ja das war dann im Moment als ich bemerkt hatte ich hab mich nicht mehr empfiehlt das ist die Scheiße um ja was ich noch gesagt wurde um als ich sagte ich wollte noch kurz ansprechen ähm ja noch mal wegen den weißen Videos gekommen sind ähm deswegen würde ich sagen ähm ja wenn ihr wissen wollt äh wann wie das so was ist als wenn wir einfach keine Videos kommen dann wartet einfach mal ein paar Tage weil es kann aber sein dass sie an einem Tag wenn die Videos rausbringen oder zwei das passiert halt mal ne ne passiert aber wenn dann echt länger nichts kommt dann ja schaut mal auf meiner Facebookseite vorbei der Link ist immer in der Beschreibung und ja da werde ich auch immer posten wenn irgendwas los ist ne also wenn ich mal wieder meine Häuser zerlegt hat dann erfahrt ihr es da zuerst ähm ja in die Kommentare wenn ich dann wieder schreiben wenn ich merke oh jetzt geht ja aber nicht schon wieder weg weil ich keine Videos mehr mache also ja wenn ich das interessiert dann ist das dann mal oh Helicopter so so toll was hat Lappen das dauert etwas aber ich krieg's hin nach scheiß drauf K-Lock Motor Tor und dann schnell darüber so zum Angeln vielleicht kann man da ein bisschen Geld machen geht ja auch vielen mit Angeln ziemlich viel Geld machen kann mal guck hab ich ehrlich gesagt noch echt nie auf einem Müller selber gemacht ich bin gespannt und ich bin gespannt so ganz darüber und darüber und rechts und geradeaus ähm auf welches Level bin ich überhaupt nicht ich dürfte auch Level 3 sein ne genau Level 3 das Blockpunkt äh 8 vor 12 früher das dauert aber noch 4 Stunden äh sagen wir 3 Leute das ist jemand ich bin ich nicht umgedreht bei Leipzig sondern weil ich falsch war ich bin 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 ich bin